Ja, schön, dass du zurück bist. Max ist wieder hier und in diesem Video sprechen wir mal darüber, was ist der eigentliche Moment in deinem Unternehmertum, der dich groß werden lässt, der dein Unternehmen wachsen lässt. Ich wurde immer wieder gefragt, Max, was war denn der ausschlaggebende Punkt bei dir in deinem Unternehmen, in deiner beruflichen Laufbahn, wo du sagst, das hast du gemacht und auf einmal ist alles durch die Decke gegangen. Dieser Frage bin ich nachgegangen, ich konnte sie in dem Moment nicht beantworten und habe mir dann Tage überlegt, was war eigentlich so der Moment, wo ich gesagt habe, das war der Aha-Effekt. Ich habe viele, viele Bücher dazu gelesen und bin dann eigentlich zu dem Entschluss gekommen, den einen Aha-Effekt, den gibt es nicht. Es ist die Anreihung von vielen Dingen aneinander, es ist die Anreihung von immer wieder tun und vor allem immer wieder das Gleiche machen. Es gibt im Leben, gibt es Muster für Erfolge, egal ob das finanzielle Art ist, privater, in einer Beziehung, sportlich, wie auch immer, es ist immer die Vielzahl von immer wiederkehrenden Dingen. Ich nenne dir ein Beispiel. Jeder von uns weiß, wie man abnimmt. Jetzt hoffentlich sieht man auf der Kamera nicht, dass ich auch etwas kräftiger bin oder vielleicht auch Übergewicht für mein Alter habe, aber jeder weiß es, nehme ich was, indem ich weniger Kalorien zu mir nehme in Verbindung mit Sport. Nur die wenigsten schaffen es, weil es die lange, lange Durststrecke eben dauert, bis ich hier erstmal irgendwas an meinem Körper sehe. Und genau so ist es im Unternehmertum. Es gibt nicht diesen einen Moment, dieses eine Medikament, diesen einen Schritt, den du machen musst. Nein, du musst das ganze Jahr immer wiederkehrende Dinge immer und immer und immer wieder machen. Auf die Immobilienbranche gemünzt sind es in meinen Augen vier Dinge, eventuell aber auch nur drei. Warum drei, komme ich gleich dazu. Erstens, du musst verkaufen lernen. Eines der wichtigsten Dinge, die ich meinen Kindern beibringe in ihrem Leben, ist die finanzielle Intelligenz, soziale Intelligenz und die verkäuferische Intelligenz. Wenn sie das können im Leben, werden sie automatisch ihren Weg gehen. Sie brauchen kein Kapital, sie brauchen keine Wohnungen, whatever, irgendwelche Uhren, was viele mit ihren Kindern machen. Nein, du musst nur diese drei Dinge ihnen beibringen und sie kommen gut durchs Leben. Wenn du ihnen dann noch was mitgibst, umso besser. Aber das ist die Basis. Verkaufen. Wir verkaufen uns jeden Tag in unserem Leben. Unseren Freunden, unseren Geschäftspartnern, unseren Lebenspartnern. Und hier gibt es Mittel und Wege auf diese Schablone, wie du das Ganze hinbekommst. Netzwerken im Immobilienbereich unumgänglich. Nur wenn du Immobiliennetzwerken tust, lernst du Menschen kennen, die am Markt aktiv sind. Und so bekommst du Off-Market deine Immobilien. Und dann erst in die Sichtbarkeit über soziale Medien, über Präsenz am Markt wirst du sichtbarer. Die Leute nehmen dich mehr wahr und kommen mehr zu dir. Plus, wenn du natürlich dann im Makler-Business tätig bist oder schnelles Kapital brauchst für die Liquidität, ist die Kaltakquise ein unumgängliches Ding. So, das ist in der Immobilienbranche die Basis für alles. Im Leben und im Erfolg ist es eine Anreihung von vielen Dingen zusammen, die zum Schluss das Große geben. Du wirst jetzt vielleicht in dich gehen und wirst dir denken, hat er recht, irgendwann, wenn du das immer und immer und immer wieder machst, automatisiert, dass es bei dir in Fleisch und Blut eingeht, wird zum Schluss Folgendes passieren. Du wirst auf dein Leben, auf dein Business zurückgucken und du wirst dir sagen, naja, das war wirklich nicht ein Moment im Leben. Egal, ob du Jeff Bezos heißt, Elon Musk, Warren Buffett, Bill Gates, all diesen Menschen wurde diese Frage im Übrigen auch gestellt, habe ich dann festgestellt, habe dann Bücher gelesen und auch diese Menschen sagen, es war nicht der eine Punkt. Es war einfach die immer wiederkehrenden Dinge. Es war der Fleiß, nämlich Talent, Fleiß schlägt Talent, sagt man ja auch. Nicht der fleißigste und der beste wird immer der erfolgreichste, sondern der, der einfach durchhält im Leben und immer wieder dran glaubt und immer wieder neue Anläufe macht, bis es dann zum Schluss eben ins Laufen kommt und ein vollautomatisierter Prozess wird. Und das ist die Antwort auf die Frage, Max, was war der ausschlaggebende Punkt in deinem Leben? Ich sage, den gibt es nicht. Es ist egal in welchem Bereich, ob in der privaten, in der finanziellen, in der beruflichen Geschichte, immer eine Ankettung von vielen Dingen aneinander.